Echtes Handwerk hat nicht nur in der Steiermark Tradition, sondern wird noch in ganz Österreich betrieben. Auch Johann Schmidberger hat eine Tradition von früheren Generationen übernommen und pflegt noch immer ein Stück österreichischer Kultur. Das Schmieden von Waffen und Rüstungen. Ich habe da einen ganz historischen Hammer in Verwendung und zwar mit dem hat mein Großvater schon geschmiedet da an den Anbuss herein. Bereits seit dem 14. Jahrhundert besteht diese Schmiede. Auch Johann Schmidberger gibt sein Können wieder an die nächste Generation weiter. Um gelebte Handwerkskultur und die damit verbundene regionale Identität in Österreich zu bewahren, gibt es seit zehn Jahren das Netzwerk Meisterstraße. Die Mitglieder stammen aus allen Handwerksbereichen. Insgesamt sind es über 350 Betriebe aus sechs Bundesländern. In Zukunft soll die Meisterstraße nicht nur erweitert werden, sie will auch nachhaltige Impulse für die Aufwertung des meisterlichen Handwerks in Österreich setzen. Ein Verbund, in dem Handwerker wie Johann Schmidberger ihr traditionsreiches Wissen über Handwerkskunst bewahren. Dann teil, dass die Anbuss hier in die Handwerkspräsidentin einigesakeit不了 den Vorstell це Untertitelung des ZDF, 2020